Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Himmelsbotschaft am 14. Oktober 2017 Wir verspüren heute eine gewisse inneren Unsicherheit oder wir zweifeln an etwas oder wir zweifeln an uns selbst. Das betrifft unsere eigenen Gefühle und wir sollen diese Gefühle, diese Zweifel, Unsicherheit heute überwinden. Wir haben heute Chancen, Möglichkeiten, unerwartete Ereignisse. Es ist auch ein gutes Gespräch, eine gute Nachricht ist heute möglich, ein klärendes Gespräch. Wir können heute durch Gespräche, durch Kontakte etwas in Ordnung bringen. Und wir zeigen Offenheit, aber anderen zeigen uns gegenüber auch Offenheit. Diese Himmelsbotschaft ist natürlich allgemein. Möchten Sie gerne wissen, Ihre persönliche Himmelsbotschaft, weil das beschreibt die Zeitqualität. Das können Sie als Blitzberatung buchen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at Dendera Susanna Medici.com Bitte dazu schreiben, mein persönliches Himmelsbotschaft. Sie können aber auch Fragen stellen. All das, was den Alltag betrifft. Und ich beantworte diese E-Mail persönlich natürlich blitzschnell. Pro Botschaft, pro Frage beträgt mein Honorat 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.